So, wir haben heute was ganz besonderes vor, denn ich habe jetzt dieses Buch gelesen mit Medizin und kann daher genau diese Bank machen und dafür fehlt uns dann Gläuter. So, dann kann man das machen, ähm, Brauerei, fast ist mir eingefallen, können wir machen. So, was denn noch nicht Landwirtschafts 1? Ich dachte, wir sind schon Landwirtschafts 1! Okay, egal, aber Anderplan wäre auch gewesen nämlich. Ich mach da bissl zum Sortieren lang und einfache Teile. So, da geben wir Metall. Metalle, uh, Teile rein. Crafting Teile. So. 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 ziehen auto teile schienen und auto und moni kleidung kleidung und so und dann alles das war so sondern was gleich gleich ordentlich wirklich sortieren es wird jetzt wirklich eine sortierfolge die damals sonst batterie weiß ich jetzt noch nicht wo hingeben so metallen und stein crafting teile haben wir da ein werkzeugkasten noch eine werkzeugkasten noch mal das mit dem alkohol halt auch dran machine und auto so so da unten sind die teile dann kleidung und so geben wir auf den stoff so den rest gehen wir dann eben bei sonstiges einmal rein und das können wir dann auch immer sortieren metallen da gehen wir halt auch lehm dazu lehm dazu und lehm dazu aluminium bahn die ich noch keine ahnung habe was ich die brauche aber ich habe mal einige davon zu crafting teile crafting teile befindliche teile bohle gehen wir auch zu metallen mal die schien mal die schienen mal die schienen aber wirklich schon einiges gefunden jetzt so mit dem auch da mal rein so mit dem auch und auto Und ziehen haben wir da noch was? Kleidung und so schwarze Handschuhe. Ruff. 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 Medizine. Wo ist Medizine? Medizine. Medizine tun wir noch nicht zu dir. Medizine. 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 Pam? Da haben wir noch gar nichts da. Ich glaube, man schwamm pfeift. Tsss. Tsss. Tsss, 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 Tsss. Pfeifen? Nichts. Medisch. Ich frage mich jetzt gerade. Ich frage mich, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so gut fühle. Ich frage mich, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so gut fühle. Natürlich, Alkohol kommt bei Medizin. Ich frage mich, dass ich mich nicht so gut fühle. Ich frage mich, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so gut fühle. Ich frage mich, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so gut fühle. Ich frage mich, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so gut fühle. Ich frage mich, dass ich mich nicht so gut fühle, dass ich mich nicht so gut fühle. Gut. Dann können wir ja eigentlich weiter lütend gehen. Aber vor Schlaf und dann lupen. Das Ganze machen wir in der nächsten Folge. Sog noch ganz schön.